Boah, ey. Ich hab mir nen Decker gestellt für halb zwei, ne, dass ich aufstehe. Hat nicht geklappt. Bist du gerade aufgestanden, oder was? Ja, vor einer halben Stunde. Hab ich duscht. Ich bin um genau zwei Uhr aufgestanden, tatsächlich. Äh, so, was hab ich? Ach, ich drück schon wieder tapfes Inventar, Alter. Craftables. Was hast du da eigentlich bis jetzt gebastelt, dein blöden Kackbote? Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so soll. Weil, irgendwie gucken die Wände doch raus. Riesen Spalten dazwischen. Also, du musst auf jeden Fall auf die Ecksachen überall Piller setzen, sonst kriegst du nachher kein Dach drauf. Ja, okay. Ne, ich baue das mit Foundations. Schön aus Stroh. Frisst nix und sieht cool aus. Passt voll zu so nem Boot. So, Justin, komm, wir bauen uns ein Hausboot. Ja. Boah, es kotzt mich so an, ne? Anderthalb Stunden in diesem verdammten Megalodon gezähmt, dann kommt ein anderer Hurensohn halt, weiß wie kaputt, Alter. Es war... Es wird gestern auch sein Skorpion getötet, ja. Echt? Ja. Boah, warum? Ja, er wollte ihn da rausholen, wobei fünf Leute, die ihm im Chat gesagt haben, der bangt sich fest. Ja. Er macht's trotzdem, er bangt sich fest, er kriegt ihn mehr raus, man kommt nicht mehr in die Höhle rein, dann müsste ihn töten. Ach, warte mal, ich hätte doch Fertschulden können. Der schöne Skorpion für unten, wenn wir mal runtergehen könnten, ne? Ist so. Aber gut, machen wir das halt nochmal. Eben, Junge. Da nix. Richtig. Das da fast gar nix. Sag mal, lädst du immer noch das Spiel? Ja. Ja, so, äh, ich lade grad die Map. Warum hab ich denn drei Foundations? Maaan, wollte ich doch gar nix. Immer interessieren, wie lange Steven noch gezockt hat, ey. Der war noch hellwach. Ja, der ist ja sowieso rhythmusbehindert wegen so ner Arbeit. Hat abfacken, ey. Voll. Ist das behindert schon wieder, Alter. Ich werde das auch sehen. Ach, jetzt. Oh, mein Gott. Wobei, warte mal, ich hab doch eigentlich... Eigentlich ist das doch doof, ey. Da kann man doch eigentlich überall Fenster reinpacken. Craft ich mir die andere. Wo bin ich so weit weg vom Ufer? Nein, die gibt's nicht mit Fenstern. Boah. C-Sharp ist wie Gewalt. Wisst ihr das? Was ist los mit dir? Wenn ihr's mit Klammer nicht lösen könnt... Mehr Klammer. Ich hör' euch zu. Na gut. Huch. Jetzt kann ich das ja wieder kaputt machen. Dämmerlich. Äh... Ist jetzt auch nochmal alles ab, ey. Hauptsache, man kann die Wände auf E drehen, Alter. Hey, hätte... Mann, der Hurensohn, ey. Hey, der war voll nett. Der war im Chat. Alles cool. Da hab ich den Hurensohn gelanden, ey. Das ist richtig. Hast du nicht gemacht. Oh, doch. Alter, eiskalt, Junge. War ihm eiskalt egal, Alter. Ich brauch' einfach aus Holz und Stroh. Das sieht eigentlich ganz cool aus, sogar. Yari, warum du immer noch kein Arct? Du hast es dir damals schon mal überlegt. Doch, keine Ahnung, Alter. Was weißt du eigentlich? Gar nichts. Ah, toll. Typ, ey. Äh... Ach, nee. Hier hab ich das doch. Mann, Alter. Schon cool. Ich glaub, ich baue aber alles aufs Holz. Boden auch schütte-tü-tü-tü-tü-roho. Aber nicht mehr Stroh. Weil du dir keine Maske aufziehst, du Mongo. Irgendwie muss ich dich ans Bett kriegen. Wer schleichst denn da um mein Boot? Wer will denn da gefickt werden? Die lass' ich doch alleine. Okay. Wo kann ich hin? Wo kann ich hin? Für dich gibt's nirgendwo Aufenthalt. Nirgendwo. Ich wollte grad sagen, ich hab... Ich will nirgendwo Platz. Verschwinde! Ich hab Angst, dass du aufnimmst. Ich baue nur ein Hausboot. Das wäre, glaub ich, etwas zu langweilig. Wieder ein ganzer Terrell. Ah! Ah! Piu, Piu! Mhm. Das macht nichts. Ich war heute Abend zu meiner Freundin. Ich auch. Ah! Das heißt nicht, dass du ins Wohnzimmer runtergehst. Oh! 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 Ich baue dann hier mal weiter und zumal nehm' ich... Scheiße, das ist aber so, ne? Okay. Ich bin der Allergeilste! Naja. Frag mal deine Mutter. Die ist Männer geworden, wenn du lauchst. Aber warum besorgst du jetzt jeden Abend, hm? Kommst du an mit deinem Männchen Schaf? Und sagst, Wutzer, wenn du mir 13 Euro donatest. Boah! Dann zeig dir sogar mal ein Bauch! Jetzt kommt's, Alter! Jetzt kommt's! Du musst für die 13 Euro noch arbeiten, ich zorg' nur. Oh! 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 Nein! Jetzt hab' ich auch noch das falsche gebaut wegen dir! Ich muss tatsächlich sagen, das gefällt mir doch schon sehr gut. Sag' mal, kann man eigentlich auch an der Fandauschen, äh, Fandauschen, äh, Fandauschen... äh, Fandauschen auch außerhalb was dran bauen? Was sie nach außen guckt? Ja, ja, ja. Kannst du über das Boot bauen. Sagst du mir jetzt erst? Probier's doch halt aus. Was ich gerade auch festgestellt habe, du kannst, komm mal her. Komm mal grad bei mir gucken. Das war jetzt nur ein Test, das sieht scheiße aus. Aber du kannst zum Beispiel die Foundation, die jetzt auf der Säule ist, direkt auch auf das Spitzdach noch oben drauf packen. Okay. Das ist halt auch ziemlich sinnvoll dann noch. Mhm. Das sieht aber mega geil aus, ey. Es ist einfach wie so ein kleines Kajütenboot, Alter, voll niedlich. Auch. Wie doof es einfach aussieht. Vorsicht, Vorsicht. Achtung, Hausboot. Voll gut, ey. Ohne Scheiß. Feier ich. Richtig Touren starten mit den Teilen, oder? Auf jeden Fall. Mobile Bays. So, meine Freunde. Mein Boot ist fertig. Justin baut hier noch so ein bisschen. Keine Ahnung, was der jetzt hier noch so vorhat. Aber sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool aus. Wie mit dieser Hafenlandschaft. Da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal was überlegen. Aber das Boot ist einfach mega geil. Ohne Scheiß. Ich find's ja super, super krass, dass, keine Ahnung, dass man einfach halt ne Base auf dem Boot bauen kann. Ähm. Hier, mit Bett für ne, für, für, ja keine Ahnung, für ne mobile Spawn Bay sozusagen. Mobiler Spawnpunkt. Kann man hier nochmal aufs Dach gehen und dann von hier aus irgendwie runterschießen oder sowas mit ner Harpune oder was weiß ich. Auf jeden Fall ziemlich krass. Also. Crossbau-Harpune. Boah, Harpunen wären auch geil. Auf jeden Fall. Super, super cool. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten halt nicht. Ist ja auch egal. Daumen hoch. Ansonsten halt nicht. Ist ja auch egal. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Biuuu. Bis zum nächsten Mal. Lauter rein. Ciao. Ciao.